Sei ehrlich zu dir, reflektiere dich, hab keine Angst darüber zu sprechen, dass du vielleicht Hemmungen hast oder gewisse Angstgefühle, wenn du anfängst mit dem Boxen. Du malst dir das am Anfang vielleicht alles so glorreich aus, aber wenn die harte Realität kommt, dann wirst du merken, du kommst schnell an deine Grenzen. Ich schwöre es dir, ich bin ein kleiner Scheißer und habe Leute getroffen, die sagen, ich wusste gar nicht, dass du boxst, ich komme mal mit bei dir rein, aber pass auf, ich bin ein harter Hund. Dann haben wir mit ihm ein bisschen was gemacht und da kamen die wieder, übertreibstvoll dies und das und da habe ich mir gedacht, du hast eine große Klappe, du hast aber nicht verstanden, dass Boxen nicht die Straße ist, das ist ein Sport. Und du, der sich hinterfragt, oh ich habe ein bisschen Angst oder ich habe Hemmungen, das ist super, weil nur du wirst gewinnen, weil du dich reflektierst. Die Weltmeister auf diesem Planeten sind keine primitiven Affen, das sind Sportler, Athleten und die haben was im Schädel, Boxen, egal auch welcher Kampfsport. Das sind viel mehr Dimensionen, als man auf den ersten Blick wahrhaben möchte. Das ist viel tiefer, der Sport. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, das ist Schädelarbeit. Aber viele wollen dir was einreden, du musst ein Mann sein, du bist nicht hart. Die müssen mal vor einem stehen, der wirklich boxen kann. Die gehen vielleicht in ihr Popo-Gym und die hauen sich dann da mit den 16ern um die Ohren und meinen danach so, boah ich bin voll der Typ. Du bist Sportler, reflektier dich, du bist ehrlich und jetzt nochmal als Tipp, du hast Angst vor Schlägen, dann nimm mal die Doppeldeckung, hol dir einen Trainingspartner und der muss da ein bisschen was draufhauen. Setz dich der Sache aus. Und umso mehr du dich der Sache aussetzt, umso mehr kann dein Körper diese Reize verarbeiten, Hemmungen abbauen und du kannst deine Reflexe umleiten und oder steuern. Grenz dich ab vom Schwachsinn, geh deinen Weg. Danke fürs Zuschauen der Conne.